Hey, Donen und YouTube. Moin Leute. Back in business. Ja, und es wackelt ohne Ende und mir wird schlecht und ich... Ja. Wenn ich was getrunken hätte heute. Hast du nicht? Du trinkst doch immer vor der Aufnahme, hast du mir gesagt. Ja, wahrscheinlich. Nicht genug. Es war eigentlich privat, das Gespräch. Achso, oh. Es ist nett, dass du dich trotzdem erwähnst. Aber war ein Schild, verdammt. Ich wollte nicht, dass jeder auf YouTube von deinem Problem... Okay, ich hör schon auf. Jetzt ist, jetzt ist es zu spät. Umso mehr du drauf rumreitest, umso mehr Facts. Ah, okay, okay. Oh, oh. Do you hear that? Ah, hier, nothing. Achso, falls sich jemand wundert, warum die Grafik vielleicht ein bisschen anders ist. Ja, genau. Wir haben was, wie heißt das? SweetFX und... Irgendwas... Anderes, keine Ahnung mehr. Vielleicht schüttel ich das in Beschreibung rein. SweetFX, so grafikmäßig. Das sind Downloads. Wo seid ihr denn? Ach, oh Gott. Ich bin schon hier nicht aufgepasst. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich schätze, er ist tot. Ich bin kein Arzt, aber ich... Er ist tot, Jim. Beam ihn hoch. Dumm, dumm, dumm. Oh, 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 super. Nun kommen wir in unsere Taschenlampe. Hopp, hopp. Also manche Stellen... Oh, oh nein, 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 ich sterbe. Ich bin, ich bin unten. Was, du stirbst, hör auf zu sterben. Ich bin hier, auf dem Rohr. Wie auf dem Rohr? Abkürzung. Ich muss nachladen. Keiner hilft mir. Du lebst doch. Hör auf. Oh, der Alien-Bug-Dein hat fest. Das ist der Ton. Also, kann wieder keiner E drücken hier. Ich war beschäftigt. Oh, oh. Oh, ich muss nachladen. Ich sehe irgendein... Oh. Ich geh mal hier durch. Ich trau mich. Okay. Open the door. Du Drängler. Es explodiert hier ständig irgendwas. Ich will hier weg. Go to the Dropship. No, 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 no. Hey. Lady. Taxi? Nichts solche Worte. Was ist das? Durchgang? Was war denn das? Was? Was ist das? Just for fun. Tänematic Effekt. Hilfe, nimm die Hand da weg. Ich sehe gar nichts. Wow. We can't react to this right now. If we don't get back to the cargo bay, we're stuck here. Also, es ist ne Menge Müll, was da draußen rumschwimmt. Schwebt. Könnten wir auf der Erde sein. Ah. So, wer macht jetzt diese riesige... Hier ist die kleine Tür. Ich nehme die kleine Tür. Oh, hallo. Übernimm dich nur nicht. Ah, da zappelt schon was. Ich kann gar nicht richtig zielen hier. Ah, jetzt habe ich wieder Munition. Oh, oh. Hey, hey, hey. Grillparty. Oh, no. Hey, die Vorsicht, wo du hähnlich. So. Warum schreitest du denn? Warum schreitest du denn? Warden, vollstruck auf dem Rumpel-Rumpel-Rumpel-Rumpel-Zimmin, abandone den Schiff. Oh, in echt. Sollten wirklich zusehen, dass wir hier runterkommen. Mir wird einfach schlecht von der schrägen Ansicht. Okay. Oh, jetzt geht aber flott hier runter. Werden angesaugt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wohin? Hallo? Die Tür schließt sich hinter uns. Wahrscheinlich werden wir ins Weltall rausgepustet gleich. Moment, hier ist eine kleine Tür wieder. Oh, oh. Es ist zu. Ich glaube, ich... Wir müssen uns irgendwo festhalten. Hallo? O'Neill? Bella? Hey, du weißt doch, die helfen uns nicht. Wir müssen selber den Weg hier rausfinden. Aber die Tür... ...klingt rot, aber wir können sie nicht ehen. Hm, hier ist auch kein Roboter. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Achso, wir stehen hier. Okay, wir haben doch sowas nützlich. Die haben sich schon gedacht... Okay, wenn das nicht dauert zu lange. Wir stellen uns jetzt hier hinten. Der Pfeil war wirklich schlecht zu sehen. Ja, das... Große Räume gefallen mir gar nicht. Ich hab ganz schöne... Zwischen das kleine Legs, muss ich sagen. Vielleicht liegt das an... ...Karpick-Ding, keine Ahnung. Das schröckelt einfach nur, würde ich sagen. Also bei mir konnte ich jetzt nichts feststellen. Großartig. Was ist das denn, Klaassen? Ja, ich dachte auch gerade, ich hab auch Klaassen. Ich schieße jetzt mal auf ihn. Oh, nicht, sie ist auf Kroos. Oh mein Gott, wer ist denn der hier? Ja, Feuer. Geht von der Seite ran. Und versteckt sich hier schon wieder hinten. Geh mal hier die Treppe hoch. Oh, hier kommt Verstärkung, verdammt, verdammt. Oh, hier kommen sie alle bei mir. Ich stehe hier ganz schlecht. Oh, ich bin tot. Der Team-Mail ist down. No! I need to arrive, please. Der schießt jetzt auf mich. I can't move. Ich stehe auf... Wir sind auch wirklich super versteckt hier hinten, muss ich sagen. Das sieht schlecht aus. Moment, ich muss gleich mal hinkriegen. Gerade außen, rechts. Gerade außen, aha. Rechts, 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 rechts. Au, 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 au. Es wird knapp jetzt. Achso, du bist... Na, das war doch ein Gegner. Oh, das... Äh, ja, ich hatte sie sich erledigt. Ich hab mich jetzt überhaupt nicht nachgekampft. Doch, wenn du eine Pause brauchst. Was? So ein Blödsinn jetzt. Hm. Okay, das war ja zum Glück nicht so weit weg jetzt. Also ich weiß, was ich jetzt nicht wieder machen werde. Ich versuch's von der anderen Seite jetzt mal. Ich war hier oben, da war es so schön ruhig. Aber alle von der Tür da vorne nicht. Pass auf. Eigentlich brauchen wir nur hier stehen. Oh, oh, oh. Ja, genau hier bin ich gestorben. Der hat seinen Kopf verloren. Das hab ich noch nicht gesehen. Zu viel Schirrung geschwählt. E, 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 E. Wo ist E? Überall. Ich komm ja nicht rein. Ich komm nicht rein, wo die rauskommen. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Achso, das ist der Big Man Boss. Arsch. Down. Ich brauch Energie ganz gerade. Warte mal, hier war irgendwo. Hast du was bekommen? Irgendwo hab ich Energie gesehen vorhin. Ich hab irgendwas aufgehoben, jede Menge. Nein, jetzt hab ich auch welche bekommen. Tatsache, es funktioniert. Okay. Ach, da liegt noch ein Verbandskoffer. Ja. E. Voll. Juhu. Okay, lass tun wir es. Wo sind meine Freunde? Hinter dir. Wo müssen wir hin? Hier ist alles rot. 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 Ist das so rote Tür? Können wir da rein? Oh. Hier ist alles lockt. Hey. Ich glaub, ich sehe den Typen hier. Okay. Wer, was ist? Der Sehen jetzt, bitte. Wir müssen zum Kran, um auf die anderen Seiten zu kommen. Zum Schalter. Ja. Oh oh. Alles klar, oder was? Ich kann hier nicht springen. So, das bedeutet... Kann man jetzt hier was aktivieren? Kran. Ich kann hier nichts aktivieren. Nichts ehen, 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 ehen. Nooo. Ah, jetzt ist sie offen. Okay, 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 alles klar. Wusstest du? Ja, hier in dem Raum. Da, Dings. Ne? In dem Raum. Ich werde jetzt irgendwas ehen. Halt dich fest. Wenn du kannst, tu's. Ja. Ich muss nur noch... Der Raum sieht gleich aus wie jeder andere Raum. Okay. Ich hab was getan. Aha. Ich bin nicht runter. Oh, doch. Hier bewegt sich was. Hört sich nach dem Kran an. Kräne bewegen sich. Ich stehe da ganz schlecht, hab ich das Gefühl. Okay, ich bin nächstes Mal zum Beklicken. Und jetzt? Aha. Aha. Moment, ich drücke wieder E. Klick, 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 klick. Tipp, 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 tipp. Ich hab irgendwas aktiviert wieder. Oh, jetzt. Die Gegnerwellen kommen aber auch unendlich hier unten, oder? Ja. Ich hab irgendwas aktiviert. Was ist passiert? Wir können mit dem Kran auf die andere Seite. Ich bin schon dort und hab wieder was aktiviert. Dann... Komm hier runter. Ach, ich mach die andere Seite. Ich muss die Gegner auf Ellen, hilf mir. Ich muss hier eh klicken. Hier liegt zwei Millionen Items hier unten rum. Ja, ich muss hier arbeiten. Ich sammle die jetzt ein. So, jetzt kann ich jetzt auf die andere Seite. E, eh, eh, eh. Ich mach halt mir, ja. Du sammelst alles, oder wie? Das ist eigentlich mein... Für uns, für uns, für uns. Für uns. Es wurde gesagt, wir kriegen das alle. B, wenn das nicht stimmt. Ich tipp schon wieder. An Bord gehen, an Bord gehen. Oh mein Gott. Moment. Oh Mann, jetzt sind alle hier. Wie kommen wir denn an Bord? Woher soll ich das wissen? Ist hier gar nichts. Au. Ich sollte mal zu dir hochkommen langsam. Das wird mir jetzt so bunt hier unten. Ja, wir müssen doch runter. Ah. Was ist jetzt? Ach so. Okay. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Parkt die Frau schon wieder aus? Oh mein Gott. Jesus Christ! Absolut. Get us out of here! Will everyone shut the hell off? Das sieht übel aus. Ich schätze, wir haben es ohne einen Kratzer überstanden. Miss Kompelitolo. Eins. Ah, gib mir. Aha! New Unlock. Okay. Was? Wieso bist du vor mir? Aha! Die SS-Hiss reißen mich immer raus. Ich muss ja hier die E-Tasten und eintippen mit dem Computer. So sieht's. Ja, ja! Was? Leave Game No, oder? Wie war denn das? Ach doch, wie immer. Ach so. No Hope in Headless. Aber ich muss dieses Grafik-Ding jetzt raustun. Es tut mir leid. Das ist, ich kann mich nicht dran gewöhnen, das. Ich probier's noch ein bisschen weiter. Du probierst es noch weiter. Ich tue's raus. Wir haben's gesehen. Wir haben's getestet. Und, ähm. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. , aufgezundackst. их略. Ich tue's mal weiter. Tschüss. Tschüss. Ich tue's mal v glSO.